Einen schönen guten Tag ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video, zu einem sehr spannenden Video. Ihr kennt alle EcoFlow, den Anbieter für tragbare Powerstations, mittlerweile auch mit innovativen Lösungen im Bereich Wechselrichter, der ist PowerStream, richtig geiles Teil und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt ein brandneues Produkt, was da draußen schon für Fragezeichen sorgt, aber keiner hat so richtig was Greifbares in der Hand. Da will ich dir heute helfen und zwar geht es um das Power Ocean. Das ist eine neue innovative Sache, ich habe ein paar Daten finden können dazu, die will ich dir nicht vorenthalten, deswegen nach dem Intro geht es los. Ich kenne aktuell nicht viele Anbieter, die so viele coole innovative Produkte raushauen wie EcoFlow, das meine ich vom Herzen wirklich. Und deswegen habe ich mir ja selber auch die PowerStream gekauft, mit den Smartplugs zusammen wirklich eine innovative Sache. Aber EcoFlow geht jetzt noch einen Schritt weiter und bringt die Power Ocean auf den Markt. Der Name Power Ocean lässt viele Fragezeichen offen, ist ein sehr weiter Begriff, was meint die damit? Und ich habe mich damit wirklich mit beschäftigt und euch ein paar Fakten zusammengesucht. Wie gesagt, in der EES in München wird das am 14. Juni auch released, das Produkt. Da hat EcoFlow einen eigenen Stand, kann ich euch gerade mal einblenden, wirklich großes Teil. Und da werden auch alle öffentlichen News dann zukommen. Ich habe aber schon mal der ganze Sache ein bisschen vorgegriffen, euch Fakten rausgesucht. Weil es ist ein spannendes Produkt, gerade für Leute, die eine Solaranlage oben auf dem Dach haben. Das heißt, wir reden ja jetzt hier nicht vom Balkonkraftwerk, sondern wirklich von einer vollumfänglichen, funktionalen Solaranlage. Zum Beispiel, sagen wir mal, mit 10 Kilowatt Peak oder so. Und dafür ist diese Power Ocean gedacht. Es ist nämlich, um es hart zu sagen, ein Wechselrichter und dazu separat ein Powerpack. Das heißt, ein Batteriespeichersystem von 5 Kilowattstunden bis 45 Kilowattstunden. Ich kann euch auch direkt schon mal sagen, der interne Projektname von Power Ocean ist MSL1. Das heißt, die EcoFlow Produktpalette von den tragbaren Power Stations, von der River Serie oder von der Delta Serie, wird jetzt erweitert mit stationären Akkus, die natürlich nicht beweglich sind. Die sind fest verbaut in der Garage, im Carport, im Keller oder auch außen. Denn so wie es aussieht, ist dieses Konstrukt auch wasserfest. Ich blende euch gerade mal die ersten Bilder ein von Power Ocean. Da seht ihr einerseits oben den Wechselrichter. Das ist ein Hybrid-Inverter, so nennt man das auch, dreiphasig. Und darunter seht ihr dann die Akkupacks. Das ist, wie gesagt, skalierbar zwischen 5 Kilowattstunden und 45 Kilowattstunden. Und der Wechselrichter hat was Besonderes an sich. Denn der hat in sich auch nochmal eine, ich nenne es mal eine Backup-Batterie verbaut. Die hat auch 10 Kilowattstunden. Das heißt, der Wechselrichter ist nicht einfach nur ein Konverter von Wechselstrom auf Gleichstrom oder Gleichstrom auf Wechselstrom. Sondern ist auch in sich ein Batteriespeicher mit 10 Kilowattstunden. Die Akkus, die EcoFlow dafür nutzt, das sind Hochvolt-Akkus. Das bedeutet, das kennt ihr teilweise sogar aus der Elektromobilität bei den Autos. Da gibt es die 800-Volt-Technik. Und die nutzt auch EcoFlow. Das ist ganz wichtig zu wissen. Die Insider werden das kennen. Wenn wir jetzt annehmen, dass ihr zum Beispiel ja einen Stromausfall habt zu Hause, dann schaltet das System innerhalb von 20 Millisekunden um, damit ihr wieder eine volle Netzausbeute habt. Ich weiß, manche Wechselrichter gehen auch schneller auf 10 Millisekunden. Aber ich denke, 20 Millisekunden, das ist ein fairer Wert. Was ich euch natürlich jetzt nicht sagen kann, wie teuer das Ganze wird. Da müssen wir uns jetzt gedulden. Wirklich auf den 14. Juni. An für sich finde ich aber dieser Weg, dass man jetzt auch Kunden anspricht, die zum Beispiel ein größeres Speichervolumen brauchen, richtig cool. Und ich glaube, das Potenzial ist echt gigantisch. Wie viele Leute da draußen bauen sich jetzt ein Solaranlager auf dem Dach, um einfach ein bisschen Unabhängigkeit zu schaffen und vor allem auf längere Sicht eine Kosteneffizienz reinzubekommen. Und wenn man das koppelt mit einem Speicher, der nicht unbedingt überkrass dimensioniert sein muss. Ihr wisst selber, ich habe jetzt einen 70 Kilowattstunden Speicher von Tesla an der Wand gefilmt. Ich blende euch das gerade mal ein. Nicht jeder braucht das. Das muss man faktisch echt so sagen. Das müsst ihr euch selber auf euren Haushalt durchrechnen. Das ist ganz wichtig. Für mich selber habe ich zum Beispiel berechnet, dass 4 Kilowattstunden Dicke ausreichen, um über die Nacht zu kommen. Und wenn ich tagsüber dann wieder am Start bin, dann habe ich die Solarpanel draußen oder im Notfall die Rückfalllösung mit Tipper. Da habe ich auch letztens erst ein Video zu gemacht. Das heißt, ich werde dann, wenn es günstig ist, gerade nachmittags, dann schön die Powerstations, meine sozusagen Delta 2 Max mit Zusatzakku vollknallen. Und dann in den Nachtstunden, wenn es wieder teurer ist, der Strom, dann entspannt kostenfrei nutzen. Das ist so mein Gedanke. Wie gesagt, ihr müsst euch das selber kalkulieren, was für euch sinnvoll ist. Ich bin raus. Wir warten jetzt auf den 14. Juni mit den noch mehr News, die jetzt rauskommen. Und ich würde sagen, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.